ja so ich find's gut dass wir alle so richtig coole profilbilder haben und du hast aber dein pixel avatar ja das hat mein kanalbild ja ich wechsle mein steam avatar andauernd pass immer an mein profil an so waffen wählen ich werde erstmal mit dem stein der macht zu viel schaden ich werde es mal mit habe ich irgendwas anders die schießen ton ich probiere ich probiere mal mit dem du stehst in den schutzschilds drin das ist ja ja scheiße es bleibt aber zwei runden oder okay ich werde erst mal mit dem sägeblatt versuchen die route zu kriegen und dann werde ich mit dem ich werde sie mit der macht gottes vernichten na dann ich habe eine banane muss sehr viel mehr nehmen dann meine banane aber ich habe doppelten schaden gemacht das ist nett ich darf nicht so oft die banane benutzen das hatte ich schon im letzten paar tonnen die banane ist gut wenn du die level ist da hast du irgendwann drei ich kenne das nicht wir auf sammeln mit drauf ich habe schon die banane am letzten sammeln gehabt es geht nicht das war erst mal mit mir versuchen was zu reißen so vielleicht ja dass uns einmal gewinnen das war nicht schlecht das war richtig schlecht von mir meine war nicht schlecht ich habe ich habe die beste waffe gerade verlaufen tja mein krater war nicht schlecht der reingehauen mein krater immer rein ist immer eine super waffe ich habe torpedos aber hat mich glaube ich nicht wirklich getroffen ich bin gespannt was rauskommt was jetzt mit meinem passiert wird kann ich abgeschossen oder was habe ich noch der glänzer wir können zeilung holen können zeilung holen also nur neue waffen oder items und rückkoller rückkoller weiter muss das vielleicht auch mal einsetzen ich habe mal irgendwie nicht wirklich an und wie ich ein times einsetzt aber ich versuche es mal drückt drauf von der schlechtsten waffe überhaupt es war meine schöne lichsel hat einen schönen pixel effekt der pixel sehr nice mein rückkoller hat reingehauen ich bin übrigens überrascht wie gut ich das mit den ruten erraten noch drauf habe ich bin überrascht dass ich überhaupt rein hauen diese runde die läuft sehr gut bis jetzt die runde ein oder ein oder wie habe ich das ohne schaden überlebt aber bei mir haut sein das waren wie viel schaden bei dir keine ahnung 84 ich blick das nicht okay der erste train ist doch gar nicht mal so scheiße was meinst du werden wir das jetzt schaffen oder möglich mit dem team habe ich vielleicht eine chance ja ich muss halt mit dem stein jetzt ein bisschen raten banane ja es passiert genau das hat mein banan jetzt getroffen oder ich habe nicht darauf geachtet ich war zu sehr abgelenkt von meinem seltsam springenden stein das sah fast so aus die zielbahn ist auf jeden fall richtig hier hat angriff verstärkt den joyster besiegen machen jetzt weil das sind 24 und ein krill hat mich aber schon getroffen hat es mich schon getroffen moment ich haue ihn mal eben kurz weg verdammt das war daneben die drohne und die verkacken die drohne musst du die unbedingt dem hat jack black ist jetzt erstmal außer gefecht gesetzt weil er sich verstärkt hat sehr schön nicht schön dass er sich verstärkt hat und ist aus der gefecht gesetzt ist das ist schön was er kann sich jetzt erstmal nicht bewegen das heißt ich habe recht an die rote zu kriegen ach du schande scheiße die drohne das war ein neister schott muss man ihm lassen so versuchen was zu treffen auch sehr gut hat getroffen ja von mir war es auch ein guter treffer zu gehen wir langsam die waffen aus ich meine mir auch aber wir haben ja auch ich zeige es nicht so deutlich kann man geworfen ist von denen das jetzt noch nicht das kann man das ist hast du ein beleidigungsfilter nicht an nehmen habe ich ausgemacht ich habe den extra für youtube angemacht ich nehme an er hat geschrieben irgendwas mit schütz oder so dafür gewöhnlich schreiben ich bin übrigens überrascht dass wir noch keine nazis hatten das weiß ja nicht das will ich nicht waren der gute anwälte das werde ich sowas von rausschneiden ich meine den jack black nicht den echten weiß was sich der echte ist das kannst du nie wissen online nein da schneide ich nicht raus okay ich distanziere mich davon ich habe das nie gesagt vielleicht schneide ich doch aus nachschauen die anwälte sind zu stark wenn ich es schaffe wenn ich daran denke heißt natürlich kann natürlich passieren das ist und ich bin tot so viel zur sieg ist musik so viel dazu dass man gewinnen wollte das war die rache dafür dass ich gerade genau dass ich kann ich kann einen supermove machen und zwar das war nicht das war die rache dafür was ich gerade gesagt habe das ist wie du die möwe benutzt junge das war die du schaffst das einer lebt noch schaffst das jackpeg zu besiegen kann ich nicht der greift zu viel verdammt einmal gewinnen modi ja ich habe leider nicht auf geschaffen wir schaffen dass du musst das jetzt schaffen für unser team für unser team musste das jetzt schaffen und das geht daneben verdammt auf voll modi streng ich müssen an wir müssen jackpeg besiegen wir müssen jackpeg besiegen wir müssen einfach es muss einfach mir bleibt jetzt eh nichts anderes zu als zuschauen nichts anderes übrig nein der ringer kommt gut okay weil ich fortify mich einfach nur warum nicht einigung ist gut na komm wo die domo 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 die hefte von geht in aus er hat aber auf das allerdings auf das item gezielt ich werde mal den bauarbeiter benutzen panzerung 150 der panzerung voll daneben ich sehe es und dann noch 150 dennoch 150 und ich habe 23 das sieht nicht gut aus für uns ja es ist kein großer unterschied da kommen die durch dass die nicht treffen der typ ist gut er ließ sich treffen ja ich habe keine wirklich guten waffen mehr ich hätte noch ein heavy roller vielleicht ich denke ich habe verkauft habe wenn ich nicht tot wäre hätte ich jetzt noch was wurde die heilung vor dir ich habe jetzt noch auf schütter granate schnellfeuer schuss und strom hätte ich noch ich hätte ihn weg oder sich oh gott der jackpot nein oh nein modi nein na komm du musst das schaffen du musst dich heilen hol dir die heilung hol dir die heilung von da oben in diesem spiel die items dort die box die die kreuz die kreuz box ist hier du musst das schaffen nein modi ich denke er hat mich er hat sich nicht holy shit na komm mach ihn alle treffer 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 mit den gott bei jesus treff es ist ein zeichen ja durchaus verdammt da hätte ja keiner mit richten können das sollte nicht sein das sollte nicht sein das sollte nicht sein gott hat mich wieder enttäuscht oh mein gott oh mein gott oh mein gott hast du noch eine starke waffe die du einsetzen kannst ja und die hier und die scheiße und die trifft nicht 2hp lacht sich zu tode 2hp der man sich selbst umbringt der gegner quasi gewonnen hat suizid modi komm schon hätte mich auch gewonnen hat er hat sich trifft ja gut so viel zum gewinnen meinst du wir schaffen das nochmal zu gewinnen wollen wir noch hoffnung haben haben wir noch hoffnung auf ein gewinn tja na dann okay die beiden kriegen wir diesen level 20 etwa hast du jetzt eine musik eingestellt oder ich habe meine musik eingestellt ja ich habe leider keiner habe ich das höre ich aber dann wahrscheinlich nicht oder doch die müssten du müsstest du hören deine musik wenn du dir jetzt eingestellt hast ach du hast ja auch keine eingestellt vorhin das ist jetzt die frage ob wir das diesmal gewinnen wie sehen denn den levels aus von denen der wird 20 und level 34 das ging doch vielleicht doch hin ja also in level 20 auf jeden fall in 30er mal schauen ich werde einen großen schuss machen damit ich weiß wie ich schießen muss ich muss sehr viel stärker schießen verdammt meine gruppe sind nicht angekommen das ist im ersten schuss normal ich muss dir rote raten ok als nächstes werde ich denke ich den ich denke den bombenteppich oh das ist der riesenbomben das ist die stufe 2 das ist der gute stoff komm dann lass uns wieder gewinnen lass uns diesmal wieder gewinnen damit wir mal wieder ein bisschen wenn wir mal eine tolle musik haben so die rute könnte hier sein das könnte klappen du schießt in den berg meinste nein nein ganz sicher nicht wie denn auch ich habe doch getroffen das war ich du hast uns gerade richtig weggeballert vor allem dich aha ok aber ich habe die route exakt das heißt ich kann wie spricht man das aus cg oder cg ich weiß nicht ich würde sagen cg den typ mit den zwei buchstaben den kann ich jetzt richtig ordentlich wegbumsen weil ich den pfeil und bogen habe na dann also der ist quasi tot auf geht's na er lebt noch ja weil du ihn gerade aus der route raus gehauen hast aber gut ja gut gut genug ich tue mal mein bestes zu verdienen konzentriert die du dich auf mcdaniel dustin 6 auf den sechsjährigen oder das ist der sechste mcdaniel das denn es gibt es gibt fünf andere mcdaniel dustins könnte auch sein dass er einfach 14 ist und 2006 stammt voll rein ja gut so viel dazu da muss ich heute nicht ganz heulend ins bett gehen muss mich heute nicht in schlafen schlafen ja so er hat auch voll hin ja das ist immer so gut das schwarze loch ist super das schwarze loch geht heute sicher nicht hungrig ins bett geht aber eins runter und einfach 2345 schwächer werden ohne und wenn ich beide sehr gut ich habe es in gg von der getroffen wir hatten wir sowas von weg weg machen kann teilweise nicht eigentlich sagen kaktus nicht getroffen na, dich hat er noch getroffen uns alle hat er getroffen verdammt okay meine rote gerade richtig zerstört aber ich warte einfach mal das ist die trine die sollte eigentlich die sollte das hinkriegen versuchen wir es kaktus oh der kaktus daneben sind heute auch nicht unterwegs was daneben und der untere ist tot ne er lebt noch ah jetzt ist er tot sehr gut ich habe auf ihn gezielt es war ein wirklich guter schuss so so mcdaniel na komm die kriegen wir äh den nadelwerf verdammt äh ja ich wollte ein bisschen sterben auf maximum dann sollte er eigentlich voll erwischt werden nicht gut erwischt aber er sollte voll erwischt werden na komm mehr daneben als getroffen ja ich auch zehn schaden immerhin ja gut ich wollte eigentlich nur die Waffe leveln muss ich dazu fairerweise sagen ok nehmen wir den Felsbrocken und schauen was da passiert und ein Zahnrad ich habe mich wieder mit irgendeinem Item geschützt irgendwie auch schützt du dich immer mit Items irgendwie kann ich mich irgendwie kann ich da nicht irgendwas habe ich falsch gemacht immer gut ich vorher als ich nichts machen konnte aber oh moment die sind unendlich cool ich habe das System Items noch nicht ganz verstanden äh du hast dich jetzt äh verstärkt das heißt wenn er nächster Schuss trifft dann ist er stärker ich glaube doppelt so stark wie normal na dann lass mich mal treffen ja wir kriegen ich gleich mal ein Waffe oder so ich habe jetzt erstmal einen Heavy Roller ich komme ins schwarze Loch ein wahrscheinlich ja ja Satz mit X ich nicht und er liegt genau drin ok ok wenn er jetzt gekochen hat dann trifft mich nicht ne ok schade das hätte cool ausgesehen ähm was Cg hat eine Frage ähm ja weil du gerade so hart verkackt weil er oder du gerade so hart verkackt haben er ist schon tot er ist tot er ist tot was hat denn der für Fragen was hast du für Fragen Cg oh ich habe meine Glocke die Glocke ist cool jetzt musst du nur treffen wenn ich dich vorhin erwischt mit der M4 modi warum haben wir eigentlich den Aufnahme-Bot nicht mit reingenommen wie denn Aufnahme-Bot der ist ja ja wir sind auf dem frischen Server ja deshalb frage ich mich gerade und warum solltest du den mit rein nehmen wollen weil die OBS-Qualität bei mir kommt einiges nicht an ich habe jetzt einiges von deinen Voten gar nicht gehört deswegen ist das in der Aufnahme wahrscheinlich auch ziemlich scheiße und der Pott kriegt das einigermaßen gut hin naja au kackkack ich werde getroffen Motti räche meine Familie ich räche mich an deiner Familie nein mache ich nicht so er rastet gerade komplett aus was ah ich habe richtig verkackt super so noch ausrasten ich finde es immer lustig wenn Leute richtig übel ausrasten das sehe ich mir immer zum schlafen ein äh zum einschlafen an so zum anschlafen ein so dann schlafen sie sich jetzt ein ja ja wir sind gerade beide nicht so auf der Höhe vom Sprachniveau her oder du wirst ok ah die sind viel zu schlecht oh Gott aber es glitzert schön hat nicht getroffen aber es glitzert schön das ist das wichtigste oh mein Gott ich habe die gut ich habe die lustige Waffe na so kann ich ihn prima treffen da wo er gerade steht daneben das war ja wohl schlecht hm ich benutze mal die lustige Waffe im Moment hm mach das fühl dich frei es kann alles passieren na komm verdammt nicht getroffen und es trifft mich das weiß man nie das war daneben die übrigens trifft macht die richtig 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 fett schaden ich habe dich als Waffermordi ich habe dich als Waffe genommen ah deshalb habe ich deshalb hast du also nicht getroffen ne jetzt nehme ich dich als Waffe die Waffe die ich jetzt nehme das ist das bist du ach ach deshalb geht die so hart daneben ach deshalb geht die so hart daneben war es der Breaker oder der Splitter also der Spalter der Spalter warum fährt er genau in meine Route warum fährt er genau in meine Route ist er dumm oder so tja ähm aber er trifft nicht wenn ich jetzt ne gute Waffe hätte dann wäre er tot hast du keine mehr hast du keine mehr oder was wir haben keine gute Waffe mehr ich kann mal den hm die Möwe benutzt dann kriegst du zwar auch schaden aber ist ja egal oh nein ist nicht egal oh ich hab die Portugan benutzt ich hab die Portugan benutzt ja hab ich tatsächlich das war ein Safe Head mit 50 Schaden das war richtig gut von dir tatsächlich ja hab ich gar nicht gewusst dass das die Portugan ist die hieß irgendwie ADHSP oder so irgendwas in der Art ah ok es hat also die falsche Waffe ausgewählt ne war auch schon die richtige aber die hieß anders ist das ne Waffe die einfach komplett random ist was sie ist? wenn ja dann wärs cool Granate nice getroffen wir haben gewonnen ah ne Pinata gewonnen ich bin gespannt was die Musik spielt meine wohl nicht dann wohl doch meine anscheinend ich hab nämlich keine hey warum spielen denn die Siegesmusiken nicht mehr? tja weil ich keine eingeschaltet habe ich hab ne neue Waffe freigeschaltet dann läuft das über den Host natürlich ja über den Host läuft's ich hab keine Musik eingestellt ich kann welche zueditieren ich kann dann welche Ranger hätten ich näh' nicht welche hinter doch es läuft jetzt ne schöne Achtritt Musik im Hintergrund oder Mittelalter hat gelaufen du bist in keinem Clan können wir einen Clan irgendwie erstellen? äh wie gesagt das können wir kurz machen ich muss erstmal das Spiel wieder neu starten Klarname Bilateral für uns zwei klaren Kürzel wie sollen wir das denn nennen? B B B der Kürzel ist jetzt B oh Clan Kürzel also B, I und klein geschrieben ne? B, I klein geschrieben Clan Gründen Clan Albany exist was da hat jemand unseren Namen? ja wenn ich raten müsste würd ich sagen ne, 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 ne ne Gruppe von Bisexuellen oder so mh, verdammt ich geh' mal kurz auf random Wortgenerator zufällige Wörter so Wortanzahl nehmen wir mal zwei ok ich hab'n Clan gegründet ich hab'n Vierfünftel Clan gegründet ach komm ich wollte grad ich wollte grad was lustiges machen mit dem, mit dem Namen 4N5 mit dem Kürzel 4N5 das passt doch also mein Haar wäre Oliwe Ohr so wie kenn' ich dich jetzt wie kenn' ich dich jetzt dazu, äh dazu wie ist das Klangkürzel? 4N5 die Zahl 4, der große Buchstabe N und 5 1 mhm nimmst du kurz an? ähm wenn ich rausfinde wie ach hier sehr gut Moly ist jetzt Clan mit geht sehr schön und ist noch einen zweiten Clan öffnen den Abotaker nennen haha ha 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 aber wenn das nicht gemacht ha 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 oh Gott das wär' ja so gut gewesen naja kannst du doch mal kurz aus dem Kande rausgehen und den einfach machen ne ne oh man schade das wär' ja so gut gewesen ja juts dann sag' ich's hier da mich nach oben sollt's euch gefallen haben lassen aber da wenn ihr seid und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder schaut den Podcast an von Bilateral Podcast und vielleicht kommt mal demnächst mal was mit den anderen Teammitgliedern jetzt sehen wir die anderen Teammitglieder auch mal wieder eine Aufnahme wäre mal wünschenswert, wenn wir mal alle vollständig wären ist lange nicht mehr passiert na dann Haut darinne Ciao Ciao bis zum nächsten Mal